Diese Nachricht wird gerade eben überall diskutiert. Tatsächlich ist es so, dass Wladimir Putin jetzt ganz überraschend heute Morgen einen richtigen Friedensplanhammer auf den Tisch gelegt hat. Er hat sozusagen seinen neuesten Vorschlag den NATO-Staaten unterbreitet und dieser Vorschlag, der hat es so richtig in sich und zahlreiche Militärexperten gehen jetzt sogar davon aus, dass diesen Vorschlag die Ukraine letztendlich nicht mehr ablehnen kann. Und wir wollen uns in diesem Video anschauen, zu welchen Kompromissen ist Wladimir Putin bereit, was wird letztendlich aus seinem Friedensplan folgen und wir werden uns ebenfalls die aktuellen Reaktionen darauf anschauen und ich kann Ihnen jetzt vorab schon sagen, diese waren sehr heftig und es wird auch massiv diskutiert in den sozialen Medien. Von daher würde ich sagen, wir starten gleich mal mit der Überschrift neuer Friedensplanhammer von Putin. Plötzlich bietet er der Ukraine viel mehr an und das kann man wirklich so sagen. Wladimir Putin ist jetzt nochmal nicht nur einen, sondern gleich drei Schritte weiter auf die Ukraine zugegangen und in seinen neuen Friedensplan kommt die Ukraine so gut weg wie noch nie. Das ist jetzt meine persönliche Bewertung. Und zwar, wenn wir uns die Eckpfeiler dieses, beziehungsweise Eckpunkte dieses Friedensplans anschauen, dann beginnt der damit, dass die Ukraine akzeptiert, dass die Oblaste Donetsk und Luhansk von Russland annektiert werden. Und wenn wir uns hier einfach mal auf der Karte diese Gebiete anschauen, dann sehen wir, es handelt sich hier um Donetsk, um die Donetsk-Region und hier handelt es sich um die Luhansk-Region. Also diese zwei Gebiete würden unter russische Kontrolle fallen. Man muss dazu sagen, in diesen Gebieten hier, die Sie sehen, wurden auch Volksabstimmungen durchgeführt und alle Gebiete haben dafür gestimmt, dass sie sozusagen von Russland annektiert werden, sich der russischen Föderation anschließen. Also das würde vermutlich im Einklang der dort lebenden Bevölkerung passieren. Ein weiterer Punkt des Friedensplans ist, dass Russland der Ukraine das Atomkraftwerk Saborishya übergibt, also welches in der Region Saborishya liegt. Und diese habe ich hier eingezeichnet. In dieser Region liegt das Atomkraftwerk, welches mittlerweile unter russischer Kontrolle ist, welches aber, und jetzt wird es ganz verrückt, trotzdem noch die Elektrizität für große Teile der Ukraine liefert. Also die Russen betreiben das sozusagen weiter aktuell. Dann der dritte Punkt ist eine Übergabe der Regionen Saborishya. Also diese Regionen hier, Saborishya haben wir hier unten, und Saborishya, die werden der Ukraine übergeben, beziehungsweise da finden noch weitere Gespräche statt. Vielleicht findet man hier auch eine Teillösung. Wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten. Diese Regionen haben eigentlich dafür gestimmt, dass sie dem russischen Staatsgebiet angeschlossen werden. Also das ist alles im Einklang der dort lebenden Bevölkerung. Und der nächste Punkt ist, und jetzt kommt der wirkliche Hammer, die Krim würde zu einer entmilitarisierten Verwaltungsgebiet und wird gezweiteilt. Also wie wir es zum Beispiel in Zypern haben aktuell. Zypern ist ja aufgeteilt zwischen türkischem und griechischem Staatsgebiet und genau das gleiche würde bei der Insel Krim passieren. Die liegt hier unten. Und dann der letzte, ein weiterer Punkt, nicht der letzte Punkt, die ukrainische Armee müsste eine gesetzliche Maximalkröße haben. Das wäre, denke ich, meiner Meinung nach absolut hinnehmbar für die Ukraine. Und einhergehend mit dem nächsten Punkt, dass die Ukraine sich nicht der NATO anschließen darf. Das war ja eine der Hauptforderungen von Russland über das letzte Jahrzehnt. Und dies ist vermutlich auch der Grund, warum letztendlich der Ukraine-Konflikt ausgebrochen ist, weil eben die permanente Osterweiterung der NATO stattgefunden hat und diese sozusagen immer näher ans russische Territorium herangedrückt wurde. Allerdings ist auch hier Russland zu Kompromissen bereit. Die Ukraine könnte sich der EU anschließen. Und dann hier der letzte Punkt. Die westlichen Sanktionen gegen russisches Öl und Gas sowie den Bankensektor werden vom Westen aufgehoben. Also Sie sehen, Putin kommt hier wirklich mit einem wahnsinnigen Friedensangebot auf die Ukraine zu. Und man sieht daran einfach, dass er es absolut ernst meint, dieses Friedensangebot. Und nun liegt er bei sozusagen im Spielfeld der NATO. Und nun muss eben darüber verhandelt werden, wie es letztendlich weitergehen soll. Und die Meinungen daraufhin sind äußerst gemischt im Internet. Es gibt Bürger, die sprechen sich dafür aus. Es gibt aber auch andere, die sprechen sich dagegen aus. Zum Beispiel schreibt eine Nutzerin, wetten, dass jetzt die Ukraine-Boys aus dem Bus springen und schreien, dass man dem Mann nicht trauen kann. Bla, 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 um ihre Russenphobie auszukosten. Abgesehen davon fordert Zelensky mehr. Also sie sagt sozusagen, dass sich die Ukraine unter Zelensky nicht auf dieses Friedensangebot einlassen wird. Einfach weil auch die Bevölkerung nicht dafür ist und eben mittlerweile so eine Russenphobie vorherrscht, dass man letztendlich nicht mit den Russen mehr verhandeln will. Und auf der anderen Seite schreibt ein anderer Nutzer, Keine NATO-Mitgliedschaft bedeutet, sobald Putin wieder aufgerüstet hat, macht er weiter. Die Ukraine hat umfangreiche Sicherheitsgarantien von Russland. Das hat Putin null interessiert. Warum soll man dem auch nur ein Wort glauben? Also er sagt sozusagen, dass das Ganze ein taktischer Schachzug von Putin ist, um letztendlich den Krieg fortzusetzen, wenn genügend Zeit verstrichen ist, um das eben für die Aufrüstung der russischen Armee zu investieren. Interessant auf jeden Fall, wie es hier unterschiedliche Meinungen gibt. Die Realität ist jedoch, und man muss sich ja auch immer wirklich die Realität auf dem Schlachtfeld anschauen, dass die Russen derzeit massiv auf dem Vormarsch sind, gerade eben in der Ostukraine, in der Region Donetsk. Im Nordosten, in beider Stadt Wovchansk, ist gerade eben eine Patz-Situation. Aber wie gesagt, in der Region Donetsk sind sie massiv auf dem Vorstoß. Und vor allem, das ist auch ein wichtiger Punkt, sie sind immer wieder in der Lage, auch wichtige Infrastruktur in der ganzen Ukraine zu zerstören. Das beweist einfach, dass sie der Ukraine massiv überlegen sind derzeit. Und hier sehen wir den Angriff auf Kiew. Wobei, und da muss ich wirklich sagen, eine interessante Wendung ist hier tatsächlich eingetreten. Man ging ja jetzt die ganze Zeit davon aus, dass Russland dieses Kinderkrankenhaus bombardiert hat in der Region Kiew. Und jetzt kommt ja ein Nutzer mit einem, und das muss man immer unter Vorbehalt betrachten, einem Beweisvideo und sagt, Nein, Moment mal, das sind ja NATO-Geschosse, die hier einschlagen. Und da werden wir uns gleich eine Zeitlupe anschauen. Er schreibt hierzu, dass es sich sozusagen um ein Patriot Air Defense Rakete handelt, also eine Luftabwehrrakete, und dass es gar nicht um russische Munition hier geht. Und letztendlich schauen wir uns mal das Video kurz hierzu an. Hier sehen wir das Geschütz, welches sozusagen einschlägt. Und die Zeitlupe soll eben beweisen, dass es sich hierbei um eine Patriot Rakete handelt. Schwer einzuschätzen, auch hier gibt es wieder unterschiedliche Meinungen. Schreiben Sie doch einfach mal in die Kommentarbox, Was ist denn Ihre Meinung zu diesem unglaublichen Vorschlag, den jetzt Putin auf den Tisch gelegt hat? Und was denken Sie, wie wird das Ganze jetzt letztendlich ausgehen? Wird sich Ukraine auf diese neueste Entwicklung, auf diesen Friedensdeal einlassen? Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.